Untertitelung des ZDF, 2020 Das kommt ja gleich. Ich war sieben Jahre alt. Mein Vater sagte, mein Sohn, Religion ist Opium, bloß Verarschung meine ich, eine Illusion. Ich blinzel, blinzel, blinzelte, ins Christbaumkettenlicht, mein Erziehungsberechtigt. Teil sprach alkoholbedingt schon etwas undeutlich. Ich packte aus und spielte durch bis Mitternacht. Drei kleine Brüder und mein Vater längst ins Bett gebracht. Mama noch am Spülen hat das Fenster aufgemacht. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen, ich sah hin, ich wurde blind. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen, ein geflügeltes Kind. Ich hab's viel zu oft erzählt, im Wohnheim, wo ich wohne. Nennen sie mich puttisch schon, wie Penner. An Dezemberabenden fragen sie mich bloß zum Hohn. Ich bin ein Mann von hunderttausend Jahren, sag ich dann, guckt mich nicht so an. Ich bin ein Mann von hunderttausend Jahren und fünfzig Gramm. Ich packe aus und spiele durch bis Mitternacht. Drei kleine Brüder und mein Vater längst ins Bett gebracht. Mama noch am Spülen hat das Fenster aufgemacht. Ich kann's mit eigenen Augen sehen, ich seh hin, ich werde blind. Ich kann's mit eigenen Augen sehen, ein geflügelteres Kind. Ich kann's mit eigenen Augen sehen, ich seh hin, ich werde blind. Ich kann's mit eigenen Augen sehen, ein geflügelteres Kind. Ich kann's mit eigenen Augen sehen, ich werde blind.